Heute der High Carb Lifestyle, wir haben uns ja letztens den Low Carb Lifestyle angeguckt, deswegen heute richtig folgend der High Carb Lifestyle und am Ende auch ein Vergleich der beiden Ernährungsformen. Und zwar der Low Carb Lifestyle fing damals an mit Tiere essen, deswegen fangen wir hier heute an mit keine Tiere essen. Der High Carb Lifestyle beruht darauf, dass man keine Tiere isst, dass man keine Tierausscheidungen isst, einfach nur gruselig, kein Cholesterin isst, wir stören unser Cholesterin-Gleichgewicht im Körper nicht. Guck dafür mein Cholesterin- und Krebsvideo, da habe ich eine Studie gezeigt, was passiert, wenn du dein Cholesterin-Gleichgewicht störst, indem du zum Beispiel Cholesterin isst und von daher essen wir auch kein Cholesterin. Cholesterin gibt es nur in Tierprodukten. Warum mag man Süßes? Das liegt einfach daran, dass der Körper ein Sugar Seeker, ein Zuckersucher ist, der auf Zucker läuft, der immer Zucker haben will und deswegen mögen Menschen Süßes auch süßer Nachtisch und so oder Zuckersucht zum Beispiel. Zuckersucht ist nichts anderes, als dass dein Körper dir sagt, hallo, kriege ich mal die Nahrung, die ich haben will, ja, das ist Zuckersucht und von daher will man immer Zucker essen und Süßes essen, weil du ein High Carb, ja, Wesen bist. Du läufst auf High Carb genau wie jedes andere herbivore Tier auf diesem Planeten, ja, genau wie jedes andere herbivore Tier. Es ist so absurd überhaupt, ja, daran zu denken, als herbivores Tier irgendwie was komplett anderes machen zu müssen, ja, zum Beispiel sich von Fett zu ernähren, ja, wer macht so etwas? Niemand macht sowas in der Natur, nur natürlich der Mensch muss sich allerlei Sachen ausdenken und dann kommt so Sachen wie Low Carb Lifestyle dabei raus. Also der Grund, warum wir Süßes wollen, ist, weil wir High Carb Menschen sind, von Natur aus. Die Ernährung besteht aus Reis, Nudeln, Getreide, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Bohnen, Linsen, etc. Also aus den ganzen leckeren, guten Sachen, aus denen wir uns dann alles Mögliche machen, die High Carb Pizzen und Wraps und alle möglichen, ja, High Carb Lasagne habe ich mal gemacht, übelst lecker. Ja, guckt, könnt ihr auf meinem Instagram sehen, das Bild, das hat allen gefallen, oh, wie da der Käse rausläuft, oh, ja, High Carb, Low Fat, veganer Käse, oh yes, you better believe. Ich habe sogar mal nur mit Käsesauce gemacht, ohne Tomatensauce, war auch ziemlich, ziemlich nice. Und auf jeden Fall ist Low Fat absolut unfassbar. Auf jeden Fall geht es dann weiter, es darf Süßes gegessen werden im High Carb Lifestyle, ne, du darfst Süßes essen, Zuckriges essen, auch Zucker essen, das Ganze, alles, was mit Kohlenhydrate zu tun hat, darfst du essen, es ist eine ölfreie Ernährung, du darfst natürlich kein Öl zu dir nehmen, das ist natürlich eine absolute Grundregel, weil Öl ist ja, es geht gar nicht Anti-High Carb mäßig als Öl, ne, das ist ja, das hat ja Null Carbs, das ist ja überhaupt das Allerschlimmste überhaupt, ja, nur Fett, Null Carbs, also wirklich Anti-High Carb einfach nur. Und es ist eine fettarme Ernährung natürlich, du meidest Fett, soweit es geht, weil du hast verstanden, dass du ein herbivores Tier bist und dich so ernähren solltest, wie alle anderen herbivores Tiere, also eine fettarme Ernährung, weißt du, Kühe und Gorillas und Stiere, die essen nun mal keine Avocados und Nüsse, ja, wo kriegen die ihr Fett her, ne, vor allem, wo kriegen die ihr Protein her? Und auf jeden Fall isst du eine fettarme Ernährung. Das Fett, das du isst, ist das Fett, das du trägst, ne, deswegen, du willst kein Fett tragen, das kennen wir aus meinem Video über Körperfett zum Beispiel, da haben wir gelernt, was Körperfett in deinem Körper macht, es lässt dich nicht alt werden, ja, das ist die Aufgabe von Körperfett, ja, die offensichtliche Aufgabe von Körperfett ist, Fett zu speichern für schlechte Zeiten, aber die schlechten Zeiten, die treten nie ein, die werden niemals in deinem Leben eintreten, aber dafür zahlst du, im Englischen sagt man Metabolic Dollar, dazu zahlst du eine Strafe, so gesagt, dadurch, dass du Körperfett hältst und den niemals gebrauchen wirst, so gesagt, ne, und deswegen wird dich Körperfett aus dem Leben rausnehmen, bevor du alt werden wirst. Du ernährst dich nur von Energie, auch noch so eine Sache, der Mensch läuft auf Kohlenhydraten, Kohlenhydrate geben dir Power, Kohlenhydrate machen, dass du dich bewegen kannst, Kraft hast, Ausdauer hast, aktiv bist, auch, dass du gut gelaunt bist, dazu kommt auch noch ein Video und es wirkst einfach auf alles bei dir aus und du ernährst dich nur von Kohlenhydraten, also nur von Energie, alles Protein und alles Fett ist automatisch in der Ernährung mit drin, ja, das ist genau wie, deswegen essen alle Herbivore eine High Carb, Low Fat, Low Protein Diet, weil automatisch alles mit drin ist, ne, habe ich euch mal erklärt in dem Video Grundlagen der menschlichen Ernährung, das lernt man niemals, dass in deiner Nahrung automatisch alles drin ist. Du ernährst dich also nur von Energie, du verursachst kein Tierleid, du verursachst keine Tierausbeutung, du isst die Ernährung mit der geringsten Umweltbelastung, du steigerst deinen Stoffwechsel durch die pflanzlichen Nahrungsmittel, das heißt, dass du mehr verbrennst, dass du aktiver bist, dein Körper funktioniert besser, dass das so ist, kann er besser verwerten und verbrennen und dann wirst du auch noch so ein Punkt, warum du niemals fett werden wirst, weil dein Stoffwechsel halt angehoben ist durch die ganzen pflanzlichen Nahrungsmittel. Du isst unlimitiert, ja, das ist so eines der besten Sachen überhaupt an dieser Ernährung, du isst immer unlimitiert. Ich habe mich noch nie, obwohl ich glaube, ich habe mich noch nie im Leben, auch als ich nicht Veganer war, aber ich wurde fett, langsam aber sicher und bei dieser Ernährung isst du absolut unlimitiert. Ja, seit fünf Jahren esse ich diese Ernährung und ich esse sie immer unlimitiert. Sowas gibt es bei mir nicht, dass ich sage, oh, jetzt würde ich aber das noch gerne essen und esse es dann nicht. Ja, sowas gibt es bei mir nicht, bei mir wird unlimitiert gegessen und das ist auch das, was ich immer empfehle. Und ganz genau dieser Punkt ist der Punkt, der dafür sorgt, dass du diese Ernährung für immer machen kannst. Überleg mal, du musst eine Ernährung finden, die du unlimitiert essen kannst, ansonsten wirst du ja immer eine Ernährungsform haben, wo du denkst, ah ja, jetzt würde ich aber das gerne noch essen und ich darf nicht und so. Wie essen Herbivore in der Natur, limitieren die sich? Nein. Du machst keine Kalorienrestriktionen, bei Low Carb musst du eine Kalorienrestriktionen machen und wirst trotzdem fett, du musst sie dann immer weiter verringern, deine Kalorienaufnahme und das die Ernährungsform, die unlimitiert, keine Kalorienrestriktionen, ein Leben lang durchführbar, hier steht es nochmal, du kriegst kein Diabetes Typ 1, weil du das von tierischem Protein kriegst, du kriegst kein Diabetes Typ 2 und das kriegst du durch Fett. Du kriegst keine Fettleibigkeit, weil du kein Fett isst. Du ernährst dich nur von Antikarzinogenen, auch noch so ein Punkt, alles immer in der Ernährung von einem Menschen wurde alles reingemacht, was ihn schützt, was ihm hilft, was dafür sorgt, damit er überleben kann. Deswegen sind es in allen pflanzlichen Nahrungsmitteln, sind sekundäre Pflanzenstoffe, Flavonoide, Katechine und solche Sachen, die dich vor Krankheiten schützen, die ganzen Antikarzinogene, die ganzen Farbstoffe, da sind ja Flavonoide, die dich vor Krankheiten schützen und du isst eine Ernährung, die besteht nur aus Antikarzinogenen, du isst ja keine Karzinogene, Karzinogene sind immer in Tierprodukten drin, die sind in allen Tierprodukten drin, vor allem auch die ganzen Hormone in Tierprodukten wirken, auch Karzinogenen, wie zum Beispiel Östrogen und Estradiol und so weiter und von daher hast du hier eine Ernährung, warum würde man nicht eine Ernährung essen wollen, die nur krankheitspräventive Inhaltsstoffe hat, nur Antikarzinogenen hat. Wie kann man eine andere Ernährung wählen? Vor allem, wenn man sieht, dass alle um einen herum diese ganzen schlimmen Krankheiten kriegen vor allem auch Krebs, jeder zweite Deutsche wird in seinem Leben daran erkranken, diesen Artikel habe ich immer noch im Kopf und warum würde man dann nicht eine Ernährungsform wählen, die nur Antikarzinogene hat, anstatt wie jeder andere dreimal am Tag Karzinogene zu essen. Warum isst du nicht eine Ernährung, die besteht nur aus Antikarzinogenen? Okay, I don't know. Von daher die beste Ernährung für deine Gesundheit. Ihr kennt meinen Übersichtsgrafik, ich glaube ich habe die gerade nicht hier, aber mit den ganzen Ernährungsformen und das die Ernährungsform, die ganz rechts auf der Geraden steht, das ist die allergesündeste Ernährungsform, wie ihr hier ganz offensichtlich sehen könnt. Okay und von daher hier auch noch der Vergleich. Und unten natürlich das Video auch, ja, das ich euch hier unten natürlich verlinken werde. Ich glaube das sind drei Videos, ganz ganz kurze Videos, ein, zwei Minuten. Da werden die High Carb gegen Low Carb Gurus dargestellt und das ist sehr interessant. Und hier seht ihr einfach mal beide Ernährungsformen. Es ist, ja, ziemlich offensichtlich, jeder Mensch, wenn er vernünftig ist, setzt sich hin und entscheidet sich, was er in seinem Leben machen möchte, welche Ernährungsform willst du machen, jetzt unabhängig, was dir schmeckt oder, ja, irgendwelche persönlichen Präferenzen, sondern denkt mal daran, was für die Welt am besten ist, für die Tiere am besten ist und für dich am besten ist. Welche Ernährungsform wählst du? Such dir aus, links oder rechts. Okay, von daher Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wollte ich euch sagen. Guckt ein weiteres Video und gebt mir einen Daumen hoch, das wäre super nett. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.